und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von star wars battle on the fucking front heute wird es eine auf jeden fall eine folge werden die leider wieder noch kommentiert ist aber es wird dafür eine folge werden die mehr im rage modus sein wird und darauf könnt ihr euch freuen hier machen wir noch mal schwerfeuer und die runde sollte zumindest über den platz 10 enden das kann ich schon mal vorweg sagen dennoch spielen wir jetzt das spiel komplett durch wir haben jetzt eben noch mal schwerfeuer hinzugefügt um mit körper schildsprung pack und schwerfeuer letztendlich hier die kiste zu gewinnen und wir haben auch müßlich gegessen wieder wir haben richtig hunger auf dieses spiel wir haben richtig bock heute mal wieder ein paar wegzuhören mit unserem partner hier die rumbrüllen als wäre das hier ein neues dlc battle of jq der mann hat jetzt hier auch den neuen star wars film gesehen interessiert wahrscheinlich jetzt weniger die leute aber so kann ich jetzt battle of jq friedhof der giganten zuordnen und wir fangen jetzt erst mal gleich an mit so einem kleinen netten powerup das sehr nett ist also die karten aber nur die im grunde komplett sinnlos ist wir warten jetzt ja auf den ersten der sich direkt vor uns stellt prinzessin leia können wir ja naschen wäre zumindest sehr positiv was ein lucky punch es ist doch lächerlich mal ganz im und joo ja ja es ist lächerlich wieder mal wie sie heute durchlacken wie die leute heutzutage hier bei diesem spiel durchlacken ich kann jetzt schon wieder die konsole ausschalten und schwerfeuergranaten werfen meine arme ja durch den raum werfen komm ja er wird zum dreiviertel genascht es passiert nichts ich nehme immer noch mit meinem headset auf ich bin meine stimme ist immer noch am arsch und ich nehme jetzt am 7.1. auf und es wird auch am 7.1. online kommen und der zweite kommt och was die leute von heute die sind doch echt nur am durchlaufen ja das sehe ich komm holen wir holen wir holen komm das ist unser wenn wir jetzt nicht geholt werden und da werden wir von was anderes ist wohl nicht drin für unser gegner hier DL 44 soll er mal sein für sich essen und sich dann scheiße das ist denn der Lucky der 5 definitiv holen wir uns das X-Wing-Ding nein natürlich nicht das wollen wir uns nie weil es absolut nichts ist und ich mich damit nicht umdrehen sehr gute Arbeit das ist leistlich auch immer gute Arbeit wir haben das in den Fächern französisch aber das wird euch sowieso egal sein und deswegen kümmern wir uns ja auch viel mehr um Star Wars und mehr will ich auch nicht um die Schule verraten Star Wars und wir holen noch einen weg S-Boost da konnte er seinen Boost wohl nur gegen sich anwenden Lucky Punch er hatte natürlich die gleiche Waffe sonst wäre er natürlich down gegangen von unserem Skill der natürlich massig vorhanden ist ganz klar brauchen wir nicht lange diskutieren ich kann dieses Spiel unglaublich gut so gut dass ich immer Platz 1 belege man hört nicht die Ironie ob es jetzt Ironie ist oder Sarkasmus ist mir jetzt in dem Moment relativ egal denn ich will jetzt dieses Spiel spielen und wie immer Platz 1 abräumen so komm dann haben wir wieder den Lucky Punch wir feuern in die Luft und versuchen den Himmel zu zerstören und da habe ich mal wieder gesehen dass ich nicht mit Sperrfeuer umgehen kann oder Sperrfeuer echt sinnlos ist mir gefällt die Impulskonome doch etwas besser ganz klar weil ich einfach keinen mit dem Ding weghole bis jetzt zumindest noch nicht oh das scheint auf den Hobitalangriff anzugehen yo Heldenobjekt oder irgendwas anderes oh komm holen wir wir sind weg wenn er jetzt muss dagegen den Tanker ja das ich diese Zielsuche-Raketen die sind perfekt für Anfänger warum sind die eigentlich nicht ab Level 1 verfügbar oh da ist Mr. Fett holt auch Fett-Kills hier ist eben Fett ne ja ähm kurzer Spoiler-Talk zu Star Wars 7 schade dass Fett oder eine Art Fett zumindest nicht im Film vorkommt wobei das natürlich im Grunde gar nicht möglich ist komm hier glaubst du du kannst uns besiegen da bist du natürlich hast du keine Chance zu haben denn wir sind unbesiegbar wir haben unbegrenzte Macht wo ist der nächste wo ist die nächste Moor über die wir hier wegnaschen können wo können wir den Gegner nächsten Gegner hier der nächste Gegner ist bestimmt auf Fattet unterwegs er stellt sich da vielleicht auch auf Fattrath mal gucken sehr schön orbitaler Angriff aus dem Orbit werden wir bombardiert komm hier Amylasengranaten gehen raus komm wir wurden schon lange nicht mehr genascht ich will eine Herausforderung komm das wird jetzt knapp Scheiße ja wichtig ah das wäre auch zu episch gekommen tschüss das war's für dich so es bloß wollen kann sich mal wieder verabschieden und wird respawned bei Wings sind im Anflug Lucky Punch das wird so das kann jetzt nach vorne zu springen im Moment zumindest es scheint anscheinend dauernd zu sein ok schaltet ihn aus ja natürlich ich fülle immer alles aus AHHHHH komm T21B das ist doch lächerlich es ist lächerlich mal wieder du kannst den Controller schon wieder wegwerfen das Mikrofon wird hier übersteuern es wird übersteuern da wird werdet euch die Ohren abfallen und genau das ist der Sinn dieser Folge genau das ist der Sinn dieser Folge von Star Wars Battle on the fucking front ob es jetzt fucking ist das lässt sich in den Sternen vielleicht werden wir gegen äh leider nicht durch ihn kämpfen ich werde nämlich jetzt hier in dem kriechteten neuen Kriech der Sterne Teil werde ich ein bisschen verwirklich so in dem interaktiven Film von Kriech der Sterne so komm jo die Passi kommt aus ihm raus wenn er uns jetzt nicht nachstehen ist er schlecht ganz klar aber da sind zwei die gegen uns schießen jo und dann ist es der Eco Motion X ob er dann wirklich so eco ist oder ob er hier äh nicht den Energiesparmodi anhat das ist hier die Frage wenn die Frage ist falls es jemand kennt ich mach jetzt keine Werbung aber wer hat noch Gasolina wer hat noch Gasolina zum Champions League Finale 2013 wo am Ende ja äh Bayern München die Kiste gewonnen hat dazu werd ich jetzt keine Meinung abgeben komm der hat doch keine Chance der oh die Passi kommt aus ihm raus die Passi ihm fällt nichts mal ein macht da Körperschild und mit Nachkampfangriff hat 10 Versuche wie viel schafft er null so warum habe ich eigentlich das Körperschild drin will ich auch zu diesen Passis gehören anscheinend schon das Pieken nervt als wenn irgendwie grad ne Waschmaschine fertig ist oder so oh oh mit dem bin da für hier mit der Brasserswaffe knappe oh da vorne ist er oh morgen krass so das ist wahrscheinlich die verrückteste Folge hier in dem Fikings Spiel aber das ist mir jetzt egal denn ich werde auch in den Titel dieser Folge Rage oder sowas ähnliches reinmachen sowas wird kommen jetzt komm hier ich nasch ihn und er hat keine Chance du hast keine Chance Ehrengarde bin ich mir wieder zu dumm drauf zu klicken das ist mal wieder typisch die Moorübe ist zu dumm hier diesen diesen Button zu sehen ganz klar und wir werden wir werfen wieder was ab so da ist ein Scout die Scout Pistole übrigens eine absolut ineffektive Waffe wahrscheinlich wusste die das schau mal an schön und ich bin mal wieder zu dumm die Aktivgewinn zu aktivieren intelligente Rakete das ist doch fast genau das gleiche genau so wie dieses Merkmal da muss ich meins echt mal verändern oder ich bin echt zu dumm dafür komm das ja du hast keine Chance wie oft das Thema der Episode ist entweder ich bin im Rage Modus aber ich bin auch Hardcore gut drauf gerade also ich bin im Rage Hardcore gut drauf im Modus das ist wenn ich so bin dann dann läuft es hier dann läuft es hier auch wenn es nachkommentiert ist am Tag wo ich das aufgenommen habe vor zwei Tagen war ich genauso drauf eigentlich müsste ich heute gerade schlecht sein denn für mich fängt heute gerade die Schule wieder an und dann nascht mich jemand mit der A82C mal schauen ob daraus vielleicht in weit in in weit entferner Zukunft oder Vergangenheit die A83 werden kann da haben wir wieder gemacht so LVP Lucky Punch für uns dass wir nicht genascht werden ich brauche mich will jetzt hier nochmal ich habe richtig Hunger aufgeben ich möchte hier meine Blasterkanone möchte sich auslegen sie hat zu wenig Kanonenfutter geholt so das war's für dich und du kannst dich auch verabschieden und wir glücken uns durch und dann kommt ein Thermaler Detonator der direkt vor uns detoniert und so können wir unsere detonierenden Blaster die nicht detonieren leider in ihren detonierenden Abgrund schieben so nächsten geholt und es läuft es läuft Leute es läuft so richtig gut gerade E11 also so richtig gut kann man natürlich muss man immer für meine Verhältnisse relativieren das nur falls ihr jetzt schreibt bla 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 ihr seid sowieso besser ich bin der letzte Lappen was natürlich wahrscheinlich auch stimmt aber es ist mir sowas von scheiße das ist egal denn das ist der Sinn dieser Serie dass ich euch einfach ein bisschen unterhalte und genau das genau das versuche ich gerade obwohl ich labere aber das ist das ist auch dieser Sinn das ist labere ich meine das ist ein Let's Play wenn ich mich nur konzentriere es gibt Folgen wo ich mich nur konzentriere hier Groundart 63 und es gibt Folgen wie der in der ich euch ne Frikadelle ans Rohr laberte ich höre mich an wie ein irgendwie als mit dem Film attackiere den Kampfläufer man könnte auch AT-AT schreiben da würde man wieder Pixel sparen ja 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 meine geniale Denkweise ist schon wieder richtig geil weil dann werden die Pixel einfach schwarz und dadurch spart man natürlich massiv Strom ich denke das wird auch das begrenzen warum ich hier nicht hier dadurch konnte ich mir den Season Pass nicht leisten weil eben durch dadurch wurde es deutlich zu viele Kosten weil ich trotz des Eco-Modus durch dieses Kampfläufer wenn da nur AT-AT stehen würde dann würde man insgesamt 5 Bestanden mit Bindestrich verwenden und es wäre deutlich günstiger als wenn man da Kampfläufer ansteigt so und eigentlich spart man überhaupt gar keine Kosten und wie gesagt aber das ist das Thema der Episode sinnlos sein Zielschuss er steht direkt vor mir macht Zielschuss das nenne ich ganz neutral und absolut objektiv verdammte Passi so das war meine Meinung zu diesem Typen so und da ist er glaube ich wieder tschüss ah ne das war er nicht ich weiß er glaube ich die dunklen Orte noch kommen die Oma und dann werden oder 64 Kult in das Mikrofon übersteuert schon wieder meine Stimme hat sich facken scheiße an aber es ist mir egal und wir werden jetzt hier ab das ist echt die Rage folge hier sag ich mal so viel und und hier ist er schon wieder hier ist er schon wieder hier ist er schon wieder und ich werde ein bisschen Flüssiges zu mir so hier ist er schon wieder was jetzt komm wo ist der nächste Gegner wir müssen den jetzt holen ich bin jetzt richtig gut drauf hier in dieser Folge ganz ganz klar gute Neuigkeiten Kommander Skywalker wird uns unterstützt komm da ist er da ist er da ist er ja so und dann macht der Körperschild weil er nix weiß und wir verstecken uns hier hinter den Trümmer und holen die 14 Mann tschüss bis zum nächsten Mal macht es gut er macht es jetzt denn wir machen es noch besser so geholt holen und es läuft und es läuft richtig gut und dann wird Bison Gras ob er auch mit einem Bison auf dem Gras grasiert oder was er ob er ob er Gras ob er mit dem Bison Gras ist er hat ein Pison sitzt er ist ein Pison vor dem PC beziehungsweise vor der Xbox One und spielt mit dem Controller SVBF oder Star Wars Battlefront das ist hier die Frage ich halte es für echt unwahrscheinlich aber wir wissen es hier nicht und das ist echt die Folge wo ich echt nur Shit labere wenn ihr in die Kommentare schreibt Mann du laberst nur Scheiße da kann ich das absolut nachvollziehen und wie gesagt wenn ihr es scheiße findet falls euch das Insplay interessiert ja aber ihr meinen Kommentaren mögt natürlich wie immer in die Kommentare schreiben dass ihr es scheiße findet bla 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 und nach Möglichkeit konstruktiv also ihr könnt natürlich auch schreiben ist natürlich alles Müll ich hab keinen Bock auf dich geht in meine Ecke so aber das bringt mir natürlich nichts weiter also dann habt ihr keinen Bock mehr auf mich dann habt das quasi aber dadurch kann ich mich nicht verbessern für die anderen die dann vielleicht auch was davon haben dass wenn ich mich dann verbessere ja ansonsten falls ihr halt wie gesagt das ist die Folge ist eventuell nichts für die nichts für von daher aber ich ich probiere es mal und ich denke so schlecht wird sie jetzt auch nicht ankommen so Alpha Juppie wurde geholt 87 HP und im Moment da ist das Rebellenzeit in der HP das finde ich sehr gut und das war's für dich ich habe die Kopflussserie beendet und hier unser Schutzschild diese Runde Ovales Schutzschild einfach so ein das flügelige Land der Berge was denn sonst so etwas Rundes übrigens ist das Let's Plays absolut anspielungsfrei das wollte ich nur kurz erwähnen ja ja es ist das war das ja vielleicht wird auch mal irgendwann ein ein kommentarierer aus hauen zu FIFA und zwar das alltägliche was weiß ich nicht von den bekannten deutschen Notubern oh ich kenne ihn ohne Ziel ähm das herausragend finde ich auch wir sind richtig herausragend ich meine die Veranstaltungen Platz 5 ist auch voll okay jetzt gehen auch voll in Ordnung es war da war jemand DL 4 4 4 4 eine 4 zu viel 4 4 4 4 da ist Hahn da kam der sich zurück hätt ich ihn jetzt genascht dann wär ich raus dann wär ich richtig raus tschüss was Lucky Punch tschüss Kalum Lona geht auch vorbei ahhh Lucky Punch Lucky Punch Lucky Punch Lucky Punch so das ist absolut verrückt der ZB aber wie gesagt nochmal das ist so kommentiere ich ja normalerweise auch nicht das wisst ihr ja von daher diese diese verrückte Weise extra aber okay das kann man auch mal raushauen Hallo mein Jaguar 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 Ronda mit der DH17 es ist fast fertig sehe ich das richtig ja ist durch scheint durch zu sein ja okay sie klang 31 erreicht und damit beende ich mich von dieser 35 zu 20 Kills Folge meine endlich mal läuft es hier und jetzt kann man nicht sagen komm wir könnten auch auf 1 stehen wir könnten ja auch auf 1 stehen und bis zum nächsten mal ich hoffe es hat euch gefallen mach euch einen schönen Tag bis zum nächsten mal macht's gut und damit beende ich diese Folge jetzt nicht denn das wäre zu brandi mäßig und sage bis zum nächsten mal Leute bis dann ich wünsche euch ich wünsche euch einen schönen guten Abend und ich hoffe es hat euch gefallen positive Bewertung Abonnement oder nicht das ist hier die Frage bis dann Leute das in der nächsten Folge bis dann Leute ciao ciao bis dann 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 bis dann